Willkommen zurück zum nächsten Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind im letzten Part hier im Schattenpalast stehen geblieben und haben schon die erste Sola, diese leuchtende Kugel, nach draußen gebracht und ich denke wir befinden uns kurz vor der nächsten. Haben auch schon einige Truhen gefunden, also ich glaube so groß ist der Dungeon gar nicht. Na ja, gucken wir weiter. Hier haben wir, wie gesagt, die ganzen Truhen schon geholt im letzten Part noch. Aber gut, ich denke jetzt wird es gleich wieder abgehen. Es ist nur noch ein Raum jetzt hier, oder? Den Schlüssel haben wir auch, den haben wir von Xanthos Kopf bekommen und wir haben volle Herzen, das heißt die Riesenwirbelattacke. Können wir nutzen. Okay. Ich habe ein wenig Angst, das gebe ich zu, weil ich mag eigentlich solche Spielchen nicht, wenn nicht einer verfolgt. Ich hasse das. Oh, natürlich sind wir hier. Okay. Ich glaube ich sollte mich wieder zum Wolf verwandeln, weil mit dem Wolf ist es einfach einfacher. Der ist schneller, flinker. Und ich glaube, Phantom Xantho wird wieder erscheinen. Natürlich. Ist er dieses Mal stärker? Was hat er vor? Er ist aber nur das Phantom immer noch. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Okay, das geht ja noch. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, ich sollte erstmal ein paar Dekopflanzen ausschalten. Moment, da ist Xantho, da ist Xantho. Er ist jetzt ausgewichen, verdammt nochmal. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich muss erst ein paar Dekopflanzen killen. Das sind zu viele. Wo ist er denn? Da hinten. Hä, er flüchtet. Okay, die Dekopflanzen sind weg. Da ist er, da ist er. Schnell. Schon wieder ausgewichen. Jetzt schnell. Okay, gut. Ich glaube, man muss jetzt schneller sein. Okay, drei Hits, drei Hits. Oh, jetzt war ich ein bisschen zu lahm. Verdammt. Aber ich dachte, er portet sich mehr. Aber wir können ihm voll viel Leben abziehen. Gut. Hat doch noch gepasst. Zeitlich. Okay, er portet sich. Er portet sich. Wo ist er, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wo? Da hinten. Da hinten. Schon wieder weg. Da, 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 da. Okay, gut. War auch knapp. Ah, nur ein Treffer. Aber jetzt, komm her. Hier. Ah, verdammt. Du glaubst, du kannst eine Attacke ausführen? Vergiss es. Nice. Wir haben ihn schon gekillt. Okay, das war beim... Oder? Ja, das war beim ersten Mal schwerer. Oder ich habe mich beim ersten Mal schlechter angestellt. Okay, gut. Sonst haben wir hier nichts mehr. Moment, ich gucke mal auf meine Karte. Nein. Nicht, dass sich hier noch eine Truhe befindet. Wir haben ja den Kompass und die Dungeon-Karte auch schon gefunden. Aber jetzt kommt das, was, glaube ich, am schwierigsten wieder wird. Und zwar das mit der Sola. Ich werde erst mal gucken, ob hier noch Herzen sind, dass wir wieder voll sind. Das wäre auf jeden Fall 1a, aber es sieht nicht so aus. Ich meine, die Riesenwürbel-Attacke wird uns, glaube ich, auch nicht so viel bringen. Und da ist ein Herz. Perfekt. So, dann gib sie mir mal. Und jetzt hau ab. Ja, die Hand wieder. Die verfolgt uns wieder. Ist die jetzt auch schneller oder... Oder nicht? So, wir legen sie auf jeden Fall wieder hier ab. Shit. Die habe ich vergessen. Ja, genau. Und was willst du? Okay. Die Hand kommt. Die Hand kommt. Oh shit. Ja, komm. Während einer Kart ziehen. Okay, ich muss sie zuerst ausschalten. Ja, komm her, komm her. Jetzt ablegen. Schwert raus. Und hitten. Ah, sie ist jetzt nah an der Sola dran. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Schnell. Halt dich. Knapp. Okay, ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe sie. Schnell raus. Schnell weg hier. Gut. Noch zwei Räume und wir haben es geschafft. Aber bei dem einen Raum, glaube ich, gibt es... Da gab es ja noch zwei Truhen oben. Da muss man bestimmt auch irgendwas mit der Sola machen können. So. Wo jetzt hier lang? Oh Gott. Fledermeister, Fledermeister, Fledermeister. Ist da nur ein so ein Schalter? Scheint so. Oh, jetzt kommt sie wieder. Jetzt kommt wieder. Oh, ihr blöden Artis. Oh, alle drei auf einmal gekillt. So will ich das sehen, Link. Gut gemacht. Wo ist die Hand? Wo ist die Hand? Wo ist die Hand? Wie komme ich da hoch? Hä? Moment mal. Ich muss erst mal den hier killen. Außerdem ist die Hand eh schon gleich da, glaube ich. Wie komme ich denn da hoch? Oder durch ein Endtaken-Symbol oder was? Wo ist sie denn? Ach, hier. Jetzt? Jetzt habe ich sie gesehen. Okay, ich sollte mich vielleicht... Ich weiß es nicht. Das wird echt schwer, glaube ich jetzt. Wie soll ich denn das machen? Weg. Auf jeden Fall müssen wir die vorher ausschalten. Das ist klar. Jetzt? Nein, du sollst nicht wegkommen. Du sollst das nehmen. Verdammt nochmal. Jetzt legst du da hin. Ah, ich muss da schnell sein. Okay, verstehe. Und jetzt? Hä? Ach, Moment. Nee, oder? Hä? Ich verstehe jetzt nicht. Und jetzt? Oder kann ich da einfach rüberspringen? Geht das? Ach nee, ich muss hier hoch. Ach so. Okay, jetzt. Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Es war also nur Fail, wenn man hier lang geht. Okay, verstehe. Gut. Komm her, komm her, komm her. Okay. Hier geht nach unten. Gut. Schnell nehmen. Hinlegen. Hier hoch. Genau. Genau, 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 genau. Genau. Das andere war also nur ein Fail. Schnell Beeilung. Okay, gut. Ich habe sie. Ich habe sie. Was jetzt? Hier wollen wir nicht lang. Wir wollen hier lang. Genau. Gut, noch ein Raum und wir sind draußen, Leute. Aber hier muss ich jetzt schauen, weil hier, glaube ich, gibt es noch zwei Drohnen. Und eine links, eine rechts. Ja, 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 ja. Du wirst sie nie bekommen. Springen wir einfach mal hier nach unten. Kann ich die jetzt irgendwo hinlegen? Ja, nicht wirklich, ne? Hä? Moment, was ist das denn? Wieso leuchtet das auf? Moment mal. Wenn ich mich hier in die Nähe stelle. Soll ich jetzt abhauen? Ah, okay. Man muss das quasi beleuchten. Wo bringt mich das jetzt hin? Ich muss aufpassen. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Okay. Bring ich die da hoch? Wenn, dann schnell, bitte. Ja. Okay, leg schnell ab. Und öffne die Truhe. Puh. Was haben wir hier? Ein Herzteil. Das letzte Herzteil, Leute. Wir haben alle. Weil, wir haben jetzt einen neuen Herzcontainer. Wir haben jetzt 19. Und das allerletzte, das 20. Herz, das müsste es bei diesem Dungeon geben. Nice, Leute. Wir haben alle Herzteile. Und damit alle 20 Herzen. Sehr nice. Achtung. Aber ich will natürlich auch mal gucken, was sich hier befindet. Die letzte Truhe hier. Dann können wir von hier verschwinden. So, einmal ablegen. Nein. Die Truhe öffnen. Genau. Was haben wir hier? Rubine wahrscheinlich nur. Genau. Habe nämlich trotzdem mit. Gehört zu den 100% dazu. So, und jetzt schnell raus hier. Die Frage ist nur, wie ich jetzt da hochkommen soll. Muss ich die beiden beleuchten? Oh Gott, die Hand. Boah. War das knapp. Was bringt mir das? Shit. Stirb, Mann. Was bringt mir das denn jetzt? Ah, nee. Ja, ich muss da hoch. Ja, ja. Ich muss da hoch. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Ich muss das hier nochmal beleuchten und muss dann da hoch, da rüber springen. Äh, ja, ja. Okay. Oder? Oder doch nicht. Also, ich glaube... Aber es leuchtet. Es leuchtet. Also, irgendwas muss es gebracht haben. Oder es ist doch nicht ganz erleuchtet. Ich weiß nicht. Achtung. Die Hand. Ah, nee. Passt schon. Passt schon. Genau. So habe ich es machen müssen. Wir sind gleich da. Jetzt können es nur noch die Fledermäuse aufhalten. springen. Okay. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Nice. So, dann können wir auch diesen Bewohner hier zurück verwandeln. Der, wo sich hier im Eingang bzw. Ausgang in dem Fall befindet. Den hier. So, dann können wir wieder zurück. Kann ich das hier hinlegen? Nee. Das sah so aus. Okay. Gut. Wir haben hier unten auch alle Truhen gefunden. Und Geisteslimm gibt es, wie gesagt, keine. Was ist, wenn man eigentlich hier runterfällt? Muss man dann alles nochmal machen? Das wäre echt krass. Aber ich glaube fast. So, was passiert jetzt? Das Masterschwert erstrahlt. Im Schatten reicht. Glänzt die Klinge golden und zerteilt die Dunkelheit. Unglaublich. Die Kraft der Sola hat sich auf dein Schwert übertragen. Unsere Schutzgötter stehen uns also zur Seite. Cube, du bist der Auserwählte. Der wahre Held. Mit diesem Schwert ist es bestimmt auch möglich, Xantos Schattenkristalle unschädlich zu machen. Gut. Dann nichts wie hin. Na warte, Xanto. Okay, wir haben ja, wie gesagt, hier alles gefunden. Ich glaube, jetzt hätten wir auch ohne die Sola an die Truhe rankommen können. Das sind diese fliegenden Typen. Hey. Ich glaube, ich spinne. Kann ich jetzt hier einfach durchspringen? Nein, ich muss das zuerst empfehlen. Okay. Ja, ich wollte es mal probieren. Okay. Wo starte ich denn jetzt wieder? Oh, wie lame. Bin ich wieder hier. Wahrscheinlich brauche ich eine Wirbelattacke und dann muss ich schnell durch. Alles klar. So. Ja. Mit der Wirbelattacke geht es. Okay. Okay. Ist es jetzt auch stärker geworden, das Schwert, oder? Moment. Da ist noch so ein Typ. Den kriege ich auch noch eben. Einfach, weil er es verdient hat. Hier hinten haben wir nichts mehr. Auf der Karte sehe ich auch nichts. Da drinnen befindet sich eine Truhe. Gucken wir mal. Gleich rechts von mir müsste sich eine Truhe befinden. Was heißt gleich rechts? Da oben wahrscheinlich. Irgendwo da oben. Ja. Okay. Ähm. Erstmal die ganzen Viecher hier killen. Alter. Moment. Nehmen wir das Herz mit, dann haben wir nämlich wieder... Na, verdammt. Ich wollte gerade sagen, da haben wir nämlich wieder volle Energie. Und können unsere Mega Wirbelattacke nutzen. So. Ups. Da war ich jetzt wohl zu nah dran. Ja, man muss da aufpassen. Verschwinden die dann ganz? So. Ja, was willst du denn? Du kannst mir gar nichts. Oh, du sollst es nicht werfen. Du sollst es hinlegen. Mann. Link. So. Genau. Ja, genau. Ich konnte doch gar nichts machen. Hallo? So. Jetzt noch die andere Seite. Ich war doch nicht drin. Laber nicht. So. Und einmal hier hinlegen. Gut. Dann kommen wir hier hoch. Nice. Aber es befindet sich ja, wie gesagt, hier noch eine Truhe. Ich weiß es nur nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Befindet sie sich hier? Ja, da oben müsste sie sich befinden. Aber wie komme ich da hin, frage ich mich gerade. Aber hier haben wir nichts. Ah. Ey. Mann. Kann ich mich hier hochziehen? Nein. Genau. Hier müssen sie doch sein, oder? Ist sie nicht hier? Oh mein Gott. Oh, aber jetzt reicht schon ein Hit aus. Wow. Ich habe gerade auf die Karte geschaut. Ich glaube, ich muss die besiegen. Dann denke ich, spawnt eine Truhe. Weil die dürfte genau da hinten spawnen. Da, wo ich gerade gestanden bin. Hier. Genau. Und jetzt spawnen sie. Genau, wo ich es gesagt habe. Okay. Und da befindet sich wieder ein Schlüsselfragezeichen? Gucken wir mal. Tatsächlich. Der nächste Schlüssel. Okay. Dann sollten wir die alle aktivieren. Am besten alle drei gleichzeitig. Gut. Was ist das hier? Ist das so eine Art Tür, oder ist das nur Deko? Na ja, auf jeden Fall, glaube ich, soll ich hier weitergehen. Und hier befinden sich auch noch einige Truhen. Alter, wo kommen die ganzen Bedermöhe jetzt her? Das macht echt richtig Bock, dieser Dungeon. Okay. Wir sind ganz weit oben jetzt mittlerweile schon. Was ist da drüben? Da drüben sind zwei Schalter. Okay. Und eine Menge Gegner. Was haben wir hier? Da hinten ist auch was. Okay. Ähm. Soll ich erst hier reingehen? Ja, mit einer Wirbelattacke. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Link. Bist du wahnsinnig? Chill. Jetzt. Was? Hier gibt's nichts? Echt? Gar nichts? Kann ich nicht glauben. Echt nicht? Ist da oben nichts irgendwo? Ah, guck mal. War doch klar. Es ist ja klar, dass das nicht nur Deko ist. Die Frage ist, geht's da weiter? Ach, ich bin zu weit weg, oder? Geht's da weiter oder geht's da zu einem Secret? Mir wird da in der Nähe auf jeden Fall eine Truhe. Oh, nee. Jetzt kommt genau so ein Drecksvieh natürlich. Okay, dann mach ich hier mal kurz einen Zwischenstopp. Und kill den mal eben. Bevor er mich wieder runterwirft. Okay, hier hoch. Ja, wenn's jetzt hier weitergeht. Ah, hier. Wenn's jetzt hier weitergeht, dann muss ich halt nochmal nach unten gehen. Der Bosski befindet sich hier. Wow. Tatsächlich, der Bosski. Okay. Ist das eine gute Idee? Hier runter zu springen? Ich mach's einfach mal. Das war keine gute Idee, weil ich genau in das Loch gefallen bin. Genau in das Loch gefallen bin. Beziehungsweise in die Spalte. Aber naja. Besser ist den ganzen Weg wieder zurückzugehen. Vielleicht hätte ich die mit Linken sollen. Aber naja. Wir sind auch keine schwierigen Gegner. Ich wechsle jetzt trotzdem mal zu Link. Er tut sich schon deutlich leichter mit seinem Schwert. Gibt's jetzt hier noch ne Truhe? Ja, tatsächlich. Und zwar hier hinten. Hier befindet sich noch ne Truhe. Vielleicht, wenn man alle Gegner gekillt hat, spawnt die. Kommst du? Oder es gibt wieder ein Xanthos-Kopf, das dann hier die Truhe spawnt. Also ich stehe direkt auf der Truhe. Aber sonst, glaube ich, ist eh erst hier lang. Ja, komm. Zack. Okay, die kill ich einfach dann. Wir sehen da noch einige. Nicht runterfallen Link, bitte. Okay. Okay, es sind noch zwei Vögel, oder? Nee, es sind noch mehr. Okay. Es sind noch vier. Aber es gibt auch einen Xanthos-Kopf, der sich hier befindet. Und den müssen wir wahrscheinlich killen. Ich glaube, das war bestimmt nicht der Einzige, oder? Was, der Einzige? Ach du Scheiße. Um Gottes Willen. Von wegen. Es war der Einzige. Es wäre viel zu einfach. Hier sind noch... Noch drei. Achtung. Die treffen mich nicht, oder? Boah, knapp. Zeigt euch. Zack. Du bist zu weit oben, du Betrüger. Einer noch. Einer noch. Oder jetzt kommen noch mehr. War es das? Nein, natürlich nicht. Das war es anscheinend immer noch nicht. Nee. Aber jetzt vielleicht. Ja, jetzt war es es. Okay. Gut. Dann findet sich hier wieder ein Schlüssel. Okay, der kleine Schlüssel. Weiter geht's. Es befindet sich noch eine Truhe im Dungeon. Und die befindet sich hier. Genau. Wenn ich auf meine Karte schaue. So. Wo befinden wir uns hier, ne? Jatz. Schön und gut. Aber das brauchen wir im Moment eigentlich gar nicht. Oh, shit. Oh, shit. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vier Stück sind das. Ja, ich dachte, ich habe vielleicht alle gekillt jetzt. Vielleicht habe ich das lieber mit. Oh, Mann. Das wäre so gut. Das wäre so stylisch gewesen. Hätten wir jetzt alle gekillt. Killed. Bam. Nice. So will ich das sehen. Sehr, sehr, sehr schön. Okay. Was haben wir hier? Schalter. Sonst noch irgendwas? Vielleicht hier in der Ecke versteckt. Ja, Krüge. Aber da gibt es eigentlich nichts Besonderes, was wir gebrauchen könnten. Auch eine Fee bringt uns nichts, da unsere Flaschen alle voll sind. Okay. Achtung. Nicht zurück verwandeln, bitte. Zack. So, wo bringt mich das hin? Brauche ich den Ente-Haken? Okay, da gibt es eine Menge Wege. Ich gehe erst mal hier rechts lang. Und das war anscheinend der falsche Weg. Ja. Verdammt. So. Okay. Wenn das der falsche Weg ist, dann gehen wir jetzt unten. Nach unten. Also hier lang. Fast runtergefallen. Und das ist natürlich auch der falsche Weg. Zack. Wetten, der letzte Weg ist richtig? Jetzt, ich gehe jetzt das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass links jetzt richtig ist. Komm. What? Als ob. Oder mache ich irgendwas falsch? Ist echt vorne richtig? Ist ja so offensichtlich. Aber vielleicht, weil es so offensichtlich ist. Ist es das Richtige? Tatsächlich. Never lucky. Natürlich. Die letzte. Oh ne. Jetzt gibt es ja wieder zwei Optionen, oder was? Oh Gott. War es richtig? Ja. Es war richtig, oder? Wird der hinspringen? Ich denke, oder? Oder war das jetzt doch falsch? Moment mal. Da war doch gerade irgendwo ein Endhackensymbol, oder? Ja, hier. Okay. Da komme ich bestimmt hin, wenn ich mich... Ja, okay. Das dürfte der richtige Weg gewesen sein. Hoffentlich. Ich stehe übrigens... Übrigens... Ne. Ist es die letzte Trude, die hier spawnt? Ne. Ich bin hier doch falsch. Oh. Ich bin hier zu weit weg. Oh nein. Oder? Ja. Ich bin hier doch falsch. Tatsächlich. Tatsache. War doch der falsche Weg anscheinend. Typisch Cube wieder, oder? Wo man sich entscheiden kann, er nimmt immer den falschen Weg. Immer. Jede andere Möglichkeit schon ausprobiert. Und dann war genau der letzte Weg der richtige. Oder ich kann mich von... Ne. Dann ist der Weg der richtige. Kann ich mich wahrscheinlich... Ja. Oh. Typisch. Typisch mal wieder. Das war auch knapp. Achtung. Okay. Ich hoffe, es gibt es nicht wieder verschiedene Wege. Da ist man natürlich im Vorteil. Ich kann mich hier hinziehen. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Ob das so eine gute... Oh mein Gott. Ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ähm. Ich glaube aber eher nicht, weil hier die Truhe spawnt. Und der Kopf von Santo ist da hinten. Aber ich kann hier wieder auf die Plattform drauf. Oder auch nicht. Doch kann ich. Doch kann ich. Doch kann ich. Okay. Mit dem Endhaken hier hin. Obwohl geht es nicht. Es muss doch gehen. Es kann nicht sein. Nein. Nicht runterfallen. Es muss doch gehen. What? Es geht nicht? Aber wieso bin ich dann hier? Oder ist ja noch irgendwo ein anderes Symbol? Es geht ja von hier auch nicht, wenn ich mich hier... Ich denke, es ist total... Wieso soll es von hier gehen? Es macht keinen Sinn. Ernsthaft. Richtig lame. Money. Dadurch wird der Part jetzt wieder voll in die Länge gestreckt. Durch mein Pech. Weil ich immer die falschen Wege nehme. Immer. Es ist so typisch Cube wieder. Es ist so typisch. Ich hätte alles drauf verwettet, dass es wieder so ist. Weil es immer so ist. So. Jetzt hier hinziehen. Oder? Ich bin jetzt total verwirrt. Und jetzt? Hier. Und dann hier hin. Da nach oben. Oder? Nee, Mann. Ah, jetzt geht es. Okay. Gut. Ich hoffe, dass mich der jetzt nicht trifft. Sonst habe ich ein Problem. Jetzt genau auf dieser Plattform landen. Oh, es war knapp. Spring! Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh Gott. War es der Einzige? Ich hoffe. Herzen. Gut. Nee, es war nicht der Einzige. Hier. Da oben. Okay. Kann ich mich jetzt? Ja, jetzt geht es schnell. Beeil dich. Ich wollte gerade sagen, bevor dich der trifft. Wir wären hier also mehr oder weniger schon richtig gewesen. Nur hätten wir zuerst nach unten gemusst. Und dann hier lang. Oh Gott, Kamera. Beeil dich. Oh, Mann. Immer eine Sekunde zu spät. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Stirb, Mann. War es das jetzt? Ja, das war es. Okay. Letzte Truhe des Dungeons. Oh. Mit einem Schlüssel wahrscheinlich. Genau. Und jetzt können wir hier hoch, ne? Genau. Und hier befindet sich der Boss. Des letzten Dungeons. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier gibt es einen Cut. Und im nächsten Part werden wir den Boss, Xanto, eins auswischen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.